so meine leute herzlich willkommen zur formel 1 saison 2022 mit den predictions mit dem rennen aus singapur wo max verstappen vielleicht wenn es gut läuft vorzeitig sein titel wm titel verteidigen kann erst mal zum predictions zum rennen vom großen preis von singapur los geht's heute um 14 uhr live auf sky sport f1 und uhd hdr das rennen gewinnt max verstappen herzlichen glückwunsch dahinter zu carlos seines dritter wird fernando alonso vor vateri botas dahinter wird fünfter george wasser fort guangio zau siebter wird estubano con und achter scherzo perre und damit ist max verstappen vorzeitiger weltmeister saison 2022 herzlichen glückwunsch so wenn euch das wieder gefallen hat lasst ein däumchen nach oben da vergisst kein abo dann nehmt ihr das glöckchen auf die äh da nehmt ihr das glöckchen dann verpasst ihr keine benachrichtigung auf den channel und bis deiner gute ways ciao bis zum nächsten mal